Ich bin Sabrina, ich arbeite in der Rangauklinik als Gesundheits- und Krankenpflegerin und Praxisanleiterin auf der Rehabilitationsstation und zusätzlich auf der Akutstation. An meinem Job gefällt mir am besten, dass jeder Tag anders ist. Ich lerne viele verschiedene Menschen kennen und jeder Tag ist anders und spannend auf seine Weise. Menschlichkeit, Offenheit, Teamfähigkeit, Geduld. Wir sind ein kleines Haus, jeder kennt jeden. Hier herrscht einfach eine richtig familiäre Atmosphäre. Mir gefällt besonders, dass wir eine Fachklinik sind. Bei uns dreht sich alles um die Lunge. Deshalb wissen wir genau Bescheid. Wir kennen uns genau aus und sind quasi alle Experten auf dem Gebiet. Ich wünsche mir vom neuen Teammitglied Freude am Beruf und die Bereitschaft, immer Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Es lohnt sich, weil die Medizin immer im Wandel ist. Es gibt immer neue Sachen zum Lernen. Man erfährt immer neue Sachen. Man hat viel mit Menschen zu tun und man sieht, wie jemand krank kommt und im besten Fall wieder gesund nach Hause geht. Morgens Kaffee, nachmittags Tee. Mir ist die Frühschicht sehr viel lieber. Ich mag lieber den Frühsommer, da ist es noch nicht so heiß, aber auch nicht mehr so kalt. Alles pipeig! Untertitelung des ZDF, 2020